So, willkommen zurück zu meinem Let's Play Mewis Edge 1. Ich bin's, eure Boom36, wir versuchen das hier nochmal. Ich bin's. Oh, 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 oh. Au, Mann. Er entkommt. Ja, ich weiß. Ja, hier muss man echt alles nutzen, ducken und so, wenn sie ihren Fuß heben. Meine Güte, ey, Wahnsinn. Dann folgen wir doch mal dem Herrn. Level wird geladen. Ich bin dabei, bin dabei, bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Okay, warte. Hier durch. Äh, war das jetzt beabsichtigt oder? Nein, war es nicht. Okay. Hä, was zum, was macht sie denn jetzt schon wieder? Faev? Mist, er ist zu schnell. Ich hab ihn verloren. Ich bin zu langsam. Jetzt geht das wieder los. Mist. 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 Er ist zu schnell. Warum auch immer das Spielzeug geladet hat, ist mir egal. Schnapp ihn dir endlich. Richtig. Sein Wahlkampf hat unerwartete Unterstützung gefunden, aber er hat übertrieben. Hat angefangen, den falschen Leuten zu drohen. Wichtigen Leuten. Er ist hinter Icarus gekommen. Musstest du ihn deshalb ausschalten? Er oder ich. Tut mir leid wegen Kate, ich wusste nicht, dass sie deine Schwester ist. Frag einfach nicht, okay? Hab alles Wichtige gehört, Kleine. Hör mal, Krieg sagt, Kates Urteil wurde verkündet. So schnell? Der Segen des schnellen Rechtssystems, was? Sie haben sie verurteilt, Faith. Natürlich haben sie das. Ein Konvoi bringt sie in weniger als einer Stunde ins Gefängnis. Ja, jetzt geht's darum, unsere Schwester aus dem Gefängnis rauszuholen. Herzlichen Glückwunsch. Da wollte ich immer schon rein. Nicht wirklich. Hä? Was soll ich denn jetzt hin? Was zum... Manchmal frage ich mich schon wegen der Störung, ey. Ah, ich muss da rüber, okay. Was zum... Was zum... Was zum... Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. 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 Können wir noch höher? Nee, können wir nicht. Okay. Jetzt geht das schon wieder los. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Oh, Mann. Ich wollte nicht nochmal springen. Ach, Mensch, es klingt das. Gut, wir versuchen das nochmal im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Das war's.